Hey und willkommen zum Let's Play. Wir haben gedacht, wir machen eine neue Reihe und nehmen uns dazu auch noch auf, was vielleicht ganz lustig ist für euch, für uns eine neue Sache, die wir jetzt noch gar nicht so gewöhnt sind irgendwie. Wir machen eine neue Reihe, Let's Play, und wir erstellen jetzt so ein paar Sims. Wir sind übrigens Matthias und Daniel. Hi, Leute. Ich habe die ja schon gesehen in diesem komischen Video, was ich mal gemacht habe mit euren Fragen. Der Matthias, da war öfter mal auch beim Let's Play zur Polizeikarriere dabei. Genau, das letzte Mal war ich da, als ich bei dem Event, bei dem Preview-Event von Anja mitfahre. Das war dieses, kurz danach, dieses Let's Play, was wir mit der Polizeikarriere erstellt haben, war schon ganz lustig. Ja, und jetzt machen wir weiter. Wir haben uns überlegt, wir machen so eine WG. Und in der WG, da leben natürlich verrückte Sims. Und ja, wir fangen einfach mal an. Mit was fangen wir denn an? Wir haben uns so ein paar Sachen überlegt, dass wir echt so verschiedene Charaktere machen. Und wir fangen jetzt mal an mit einer Dame. Wir haben gedacht, wir machen eine. Sieht doch schon perfekt aus, würde ich. Sieht schon perfekt aus, oder? Ja, wie so eine Anne Waffe. Das müssen wir diesmal machen. Wir haben gesagt, wir nennen die Anne Waffe, weil das war so lustig in dem Livestream. Zu coole Küchen war das, glaube ich. Anne Waffe. Anne Waffe, ja, die hat eine Anne Waffe. Ja, gut. Ja, oder? Das nehmen wir doch gleich. Wie soll sie... Also, was mit den Haaren? Ja, das Pissgelb machen wir noch weg, dann nehmen wir was anderes. Was sollen wir denn da nehmen? Ginger-mäßig, oder? Ginger-mäßig, sowas? Keine Ahnung. Schwarz. Ja, Pink, das passt perfekt. Ist sie eigentlich... Wie alt ist sie denn, so ungefähr? Also, die Anne Waffe, die ist, glaube ich, haben wir aufgeschrieben, so eine eher verschlossene, zimperliche Natur. Also, die darf ruhig blond sein. Ja. Ne, was nehmen wir denn? Sag mal, hier an. Na, ich würde so einen blond nehmen und dann noch so glatte, lange Haare, wäre doch perfekt, oder? Die willst du nicht nehmen, die Frisur? Naja, die sieht's auch. Ja, die ist ja so ein bisschen zimperlich und ein bisschen doof, so. Ja. Glatte, lange Haare, was haben wir denn da? Ja, das passt so zu so einer Blondie, weißt du? Mhm. Okay, erst müssen wir das Gesicht anpassen. Aber das sieht doch schon gut aus, oder? Die Nase ist der Wahnsinn, oder? Ja, die ist perfekt. Ja, sollen wir wirklich so eine komische Nase machen oder eine schöne Nase? Ne, die soll ja so... Ja, wir haben ja noch so eine aufgetakelte, haben wir ja noch, ja. Ja, aber diese Frisur passt mir irgendwie gar nicht. Ich fand die erste eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das Gesicht, das verzerrt alles. Alles so. Die hat ja auch einen an der Waffel. Die Anne. Hab ich jetzt das Gesicht zu lassen, oder? Ja, was würdest du machen? Weiß nicht, ich werde hier die... ein bisschen schmaler, oder? Also ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Rocky oder so. Also wie Arnold Schwarzenegger in Bleiblicher Version. Ich glaube, es sind die Augen, die das so stören, neben der Nase noch. Gehen wir mal in die Nase weiter rein, die können wir ja einen Tick schmaler machen, oder? Ja, guck dir noch die Backen von der an. Die sieht aus, als ob sie, keine Ahnung, gerade die Weisheitszähne gezogen wäre. Ja, das ist doch lustig. Ja. Ich liebe damit zu spielen. Dann haben die so ein Bunsen, so das nach innen gehen. Was machen wir jetzt mit den Haaren hier? Sag mal an. Ähm, ja. Also ich fand die ersten gar nicht mal so schlecht. Wo sind die denn? Ich finde, die sind auch nicht so schlecht. Auch wenn man das Gesicht dann so anpasst, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Was sollen wir hier denn noch machen? Das waren die, die waren ziemlich weit oben, oder? Bitte? Die Haare, die wolltest du ja noch auswählen. Ja, was nehmen wir denn da? Ähm, ja. Die Ausfall ist groß. Ja, hier. Soll sie eher so schlau sein oder eher dumm? Nee, die ist zimperlich und, ähm. Ich meine, ich will hier keine, keine Klischees anbringen, aber, naja. Für so eher, wenn sie so zimperlich ist, na gut. Weiß ja. Also ich fände die ersten gar nicht so schlecht. Wo sind denn die? Ich suche die gerade wieder. Die waren oben. Die waren oben, die waren oben. Wo? Die hier? Genau, das waren die. Ja. Lass uns doch die nehmen, oder? Ja, ist gut. Ja. Sieht auch nicht arg viel anders aus wie am Anfang. Vielleicht grüne Augen noch, so? Ja. Aber was anderes bekommt sie zum Anziehen? Irgendwas tollpatschiges? Ah? Aber was sieht denn tollpatschig aus? Bärenanzug. Bärenanzug. Ja, super. Kannst ihr uns auch alles sparen. Die Klamotten sehen alles so gut aus. Was gibt's denn hier noch? Das hat doch was, oder? Ja. Wie so Klopapier rumgewickelt. Ah. Gott, was ist das denn? Frage ich mich gerade auch. Was ist denn diese Tasche? Ich hatte das noch nie vorher gesehen. Ah, ist der Wahnsinn. Mit diesem Bauchnabelpirschen. Sehr schick. Ich hab das vorher gar nicht gesehen. Woher kommt denn das? Ich auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso. Also... ein Icon, das... Nee, das hat auch gar keine Farbe. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Okay. Ja, so kann sie ja täglich rumlaufen. Sehr schick. Oder so ein Oma-Ding. Aber wir haben auch noch eine Vermieterin, die böse ist. Ja, stimmt. Wir haben gedacht, wir machen so ein Missknautschgesicht. Ja, dann machen wir... Für Knautschgesicht machen wir dann das auch hin, weil das vorher, was du hattest. Und die das hier, oder? Das sieht so ein bisschen... Verblümt. So ein bisschen... Ja... Normalo-mäßig aus, denke ich jetzt mal. Ja. Oder? Mhm, sieht gut aus. Mit den Stiefeln? Jetzt sind da für Farben noch. Ja, das passt super. Es ist doch langweilig, wenn die immer alle so hübsch aussehen hier. Also wenn die Stiefel noch pink wären. Pink? Oh ja, wo ist pink? Ja. Pink. Wir machen einfach mal hier den Farbfilter rein. Pink, pink, pink. Hier. Pink. Na, alter, gar nicht pink. Hier so pinke Stiefel hier so. Ja, perfekt. Pinke Boots und so ein bisschen. Es beißt sich auch so richtig schön mit diesem Rot hier, da mit dem Gelb. So ist das. So muss das sein. Gut, dann würde ich sagen... Gehen wir weiter, oder? Ja. Wer ist der Nächste auf unserer Liste? Wir haben hier einen schwulen Aufreißer. Schwulen Aufreißer, ja, natürlich. Ja, das ist wieder das Spiel. Natürlich. Hat wieder gezeigt, was es kann. Total klischee-mäßig wieder. Ja, aber ich mache jetzt hier mal zufällig durch. Welchen nehmen wir denn? Ja, der ist doch... Als Basis sehen wir mal. Ja. Das sieht ein bisschen asiatisch aus. Ja. Was machen wir für Haare? Muss ich ihn aber ein bisschen breiter machen. Muss ich ihn aber ein bisschen breiter machen. Ein bisschen breiter? Ja. Von den Muskeln? Ja, und unten ein bisschen genau da. So. Ziehen wir mal das Hemd aus. Ja, das Shirtle sieht doch schon mal ganz gut aus. Nicht schlecht aus. Okay, was machen wir hier? So Gelhaare oder irgendwie sowas. Ja. Was können wir denn nehmen? Das hier? Ja, das sieht nice aus. Aber du musst noch seine Jawline so ein bisschen unterstreichen, damit das so richtig... Weißt du schon... Eine was? Eine Jawline. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Jawline? Ja, hier. Knochen. Weiß ich nicht. Wangenknochen heißt es, glaube ich. Achso. Wie mache ich das hier in dem Spiel? Ja, die... Markanter meinst du, oder? Ja. Oder weiblicher? Nö, das ist ein bisschen vielleicht noch schmaler, also... Weiß nicht. Insgesamt? Ja. Nein, das ist schon... Das ist gut, ja. Okay, okay. Was haben wir hier denn noch? Was haben wir hier denn noch? Augen... Augenfarbe? Trauen? Ja, passt. Ja. Bart? Ich weiß es gar nicht gerade. Vielleicht so einen leichten... Mit dem dann... Das ist aber nicht so clean, oder? Clean hier so. Ja. Ist doch gut aus. Das sieht fast schon wieder zu männlich aus hier. Zu männlich. Ja, der hat so jetzt hier so einen leichten... So... Ne? So rasiert. Irgendwie sieht das aus, oder? Ja, sieht gut aus. Aber wir machen dem noch ein bisschen Make-up rein. Ein bisschen Make-up. Ja, der muss auch... Ich will schon... Ich will einen Schwulen mit Make-up haben. So eine Sternbrille auch noch. Sternbrille? Ne, die ist zu heftig. Aber so Ohrringe können wir machen, oder? Ich brauche nicht blau. Blau? Mach mal so silber, oder? Ja, blau sieht so doof aus. Oder so weiß. Ja, genau. Aber die sind... Die sind für die so zu... Zu groß? Zu Diva-mäßig. Ah, die sind... Der soll doch ein bisschen Diva-mäßig. So Aufreißer und so. Und nicht so übertrieben. Ja, das ist schon... Ja, bevor jetzt wieder böse Kommentare kommen. Nicht alle Schwulen sind so. Und nicht alle. Make-up. Was machen wir? Ganz normales Make-up, oder? Also was heißt normal halt so? Nicht so... Ich weiß nicht. Würdest du keins machen? Ich weiß nicht. Wieso soll man Make-up denn machen? Schwarze Augen? Ja, sowas so... Naja, dann sieht er so Emo-mäßig aus. Der soll ja kein Emo sein, oder? Stimmt auch. Ja, oder willst du ein Emo? Naja. Ich steh auf keine Emos. Was machen wir? Was machen wir? Ich will da so ein bisschen bunt noch. Mensch. Du kannst ja nicht so Clown-Maske machen, dann hast du was bunt. Clown-Maske. Ach nee, das übertreibst du wieder. So Sonnencreme. Wunderschön. Nee, dann lassen wir den mal so. Können wir bunte Klamotten halt auswählen dann, oder? Ja, wir können ihn ganz... Also halbnackt lassen. Ja, wir lassen ihn einfach halbnackt. Genau. So, und dann noch hier so... Und noch so eine Herzchen-Unterwäsche. Ja. Das passt. In Rot, oder in Weiß. Schwarz. Schwarz, oder? Passt zu den Haaren. Ja, ist gut. Okay. Schuhe, da sind wir noch bei Pink. Ja. Pink, schön. Blaue Chucks, so, oder irgendwas. Solche hier? Ja, so ganz so Vance-mäßig, ja. Ja, Rot war doch gut, oder so. So Wein, oder nee? Ja, Wein. Okay, okay. Ähm... Accessoires, eine Uhr? Ja, ist gut. Oder? Ja. Eine fette Uhr, oder eine kleine Uhr. Die ist doch okay. Ja, machen wir die auch roh, oder passt die zu den Schuhen? In der rechten Hand? Hm? In der rechten Hand? In der rechten Hand, oder? Ich weiß auch nicht, ja. Aber in der linken ist jetzt was anderes schon. Ist das eigentlich so ein Armband, oder wie so ein Halbster-Armband? Findest du nicht gut? Ja, ne. Ich fände es... Wenn das so... Dann ist es auch zu viel, keine Ahnung. Okay, dann lassen wir nur die Uhr. Ähm... Ja. Sollen wir die beiden jetzt mal einziehen lassen, oder? Ja. Fangen wir mal an. So, das ist die Anne Waffel. Weißt du, wie die aussieht? Die sieht für mich aus wie so eine Peggy. Peggy. Sollen wir die anders nennen? Peggy Waffel. Ja, Peggy Waffel, dann passt er nicht mehr. Ähm... Aber die sieht, guck mal, guck mal, so eine Peggy, oder? Dann machen wir Peggy. Peggy Nachname. Welche Nachname passt zu ihr? Keine Ahnung. Ja, Waffel. Peggy Waffel. Peggy Waffel, egal. Ist gut. Okay, die ist... Die ist... Die ist... Die ist... Ähm... Kreativ, oder? Die malt dann sowas, irgendwas Dummes. Heraustragende Malerin. Ähm... Was haben wir gesagt? Die ist... Ah! Zimperlich, oder? Zimperlich, genau. Zimperlich auf jeden Fall. Äh! Ja! Vielleicht, ähm... Ja, tollpatschig. Ja, genau. Tollpatschig. Und... Und, 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 und... Einzelgängerin. Er fühlt sich immer unwohl in der WG. Genau. Kunstliebhaberin gab es da noch, oder? Kunstliebhaber kreativ. Aber dann passt das gar nicht so. Ja, die sollt ruhig... Könnt ihr ruhig, ähm... Kunstliebhaberin. Ja, irgendwas braucht ihr auch als Hobby so. Braucht ein Hobby. Äh, äh... Gut. Dann kommen wir jetzt... Gehen wir jetzt hier zu unserem... Es ist schon wieder dunkel. Ähm... Gehen wir jetzt hier zu unserem... Wie heißt der? Ähm... Weiß ich nicht. Was da... Steven. Steven. Steven, wie weiter? Ich sag jetzt nicht Müller oder so. Müller. Mustermann. Ja, Mustermann. Uh. Ähm... Weiß ich nicht. Steven... Rock. Rock. Steven the Rock. Ich finde es immer lustig, wenn die... Wenn die... Wenn die... Vornamen gleich anfangen wie die Nachnamen. Ähm... Also SS oder so. Okay. Also... Ist jetzt nicht SS. Also jetzt gut. Die eine Waffel, die war natürlich dann für sich. Aber Steven... Ähm... Steven. Also ich würde da... Du weißt schon, was ich da hinpacken würde. Am besten. Aber dann musstest du Steven mit PH schreiben. Und dann? Dann würde ich Mel hinmachen, aber das passt nicht. Weil Steven Amell gar nicht so ist, wie dieser Typ hier. Wer ist das? Das ist nicht Steven Amell. Mhm. Das ist wie dein Insider hier. Okay. Ähm... Steven... Ihr werdet schon verstehen, was ich mache. Ich mache Steven mit V. Müssen wir nachher mal googeln. Hier. Ähm... Du kennst ihn sicherlich. Ah ja, okay. Du weißt, wer das ist. Steven... Jetzt... Jetzt sag mal einen guten Namen. Ähm... Steven... Das ist schwierig. Immer diese Namensfindung. Kennt ihr das auch? Tyson, Braun und diese blöden deutschen Vorschläge. Krämer. Gibt es da nicht so einen Mod, dass es auf englische Namen umschaltet? Ja, das wäre total gut irgendwie. Ich mag auch... Ich mag deutsche Namen überhaupt. Also bestens. Was machen wir denn noch? Hier die Lampe, die wird hier so grell. Ähm... Steven... Steven... Wir brauchen ganz viele Namensvorschläge für die nächsten Teile, liebe Leute. Dann müsst ihr hier jetzt nicht so lange warten an dieser Stelle. Ja genau, schreibt es in die Kommentare, was ihr gerne für Namen hättet für die Werte. Wir machen jetzt einfach mal Rock. Steven Rock. Kann man ja nur umbenennen irgendwie, oder? Mit so... Ja, bestimmt. Irgendwie müsste es schon gehen. Okay, der hat Liebe, genau. Und der ist Serienromantiker. Dieser Sim möchte sich ins Getümmel stürzen und zu Verabredungen mit allen möglichen interessanten Leuten gehen. Genau. Verführerisch. Bonusmerkmal. Genau. Dann hat er... Romantisch. Was macht? Aktiv können wir auch im Game. Aktiv, genau. Das soll ja Sportler sein hier. Und was passt noch? Ordentlich. Das wäre doch gut, oder? Ordentlich. Ja, dann putzt der den ganzen Tag. Ich glaube, der ist eher faul oder so dann. Der kann immer die ganze Nacht feiern und dann schläft der den ganzen Tag. Nicht? Faul kannst du ja nicht mal nehmen. Ja. Oder? Wegen aktiv. Mag keine Kinder, gemein, böse, Einzelgänger, sprunghaft. Sprunghaft passt gut. Ja, genau. Gut. Spanay? Okay, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt hier mal mit den beiden Sims an. Das ist die Lama-WG. Die müssen jetzt notgetrunken zusammenwohnen. Lama-WG mit Doppel-L. Na klar, natürlich mit Doppel-L. Habe ich es jetzt richtig geschrieben? Ich hoffe doch. Und wir gehen, wir gehen, wir gehen nach Willow Creek. Denn da baue ich ja gerade das Industrial Loft. Aber wir haben kein Geld zum Einziehen. Deswegen, ich weiß gerade nicht den Cheat zum irgendwie Free Real Estate oder irgendwie so. Deswegen gehe ich erstmal auf ein anderes Grundstück. Und lasse die da einziehen. Ich werde ja immer heller. Mit der Lampe hier. So, Motherload. Da haben wir Kohle. Ich glaube, ich brauche da noch ein paar Mal mehr. Ach, du willst ja kein Survivor machen. Willst eher so. Doch schon. Aber jetzt am Anfang erstmal, dass wir das Gebäude kaufen können. Ach so, die haben bei Lotto gewonnen, oder wie? Ja, in dem Gebäude wohnen die halt. Okay. Ach so, nicht reisen. Ich will ja gar nicht reisen. Nicht reisen, umziehen müssen wir doch jetzt. So, Welten verwalten. Ladebalken. Ladebalken. Mhm. So. Ich mache das bestimmt wieder total kompliziert hier. Hauswerfen, genau. Und jetzt hier nicht erstellen, sondern Haushaltsverwaltung. Ach, das ist das, was du jetzt gerade baust, oder? Genau. Genau. Oh. Auf dein Grundstück verschieben, so. Auf dieses hier. Ja, da können wir das schon so grob gebaut. Und dann können wir mal einziehen, spielen. So, jetzt aber. Das können wir uns noch angucken. Und ich würde sagen, dann geht es weiter im nächsten Teil. Genau. Den Ladebalken gucken wir uns noch an. Ja, und schreibt... Der ist ja mal so schön. Schreibt gleich mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt fandet. Das war für uns jetzt auch ganz neu. Sogar mit Video. Also, wir können ja technisch vielleicht noch was optimieren. Aber das hier ist das Industrial Loft. Und... Mir ist aufgefallen, ich bin wirklich dunkel. Aber das liegt daran, weil es die ganze Zeit immer dunkel wird. Ja, bei mir auch. Und ich werde jetzt heller, weil diese Lampe jetzt mich hier anstrahlt. Ja. Okay, also da ziehen wir ein. Und das wird richtig cool. Das Ganze soll für die zur Verfügung stehen, oder was? Bitte? Das alles soll für sie zur Verfügung stehen, oder willst du nur... ein Stockwerk für die... Nee, wir lassen ja noch mehrere Sims einziehen. Ja. Muss ich sagen. Und dann bekommt jeder da so ein Zimmer. Das kann man ja gut machen, jetzt mit den Türen abschließen. Stimmt. Und da oben ist so ein Penthouse. Und da können wir vielleicht zwei, drei einziehen. Und unten gibt es auch noch ein paar Stockwerke. Und im Keller gibt es dann einen Pool. Ja, da gibt es gerade noch so einen Keller mit so Wissenschaftlerrohren und so. Ach so, okay. Ist noch nicht ganz... Nee, nur, weil ich... Aber sie sieht richtig gut aus. Ja. Finde ich auch. Ja. Ist ja echt mühege eben. Ja, und da gibt es dann auch eine böse Vermieterin, die misknautscht gesichtet. Ich glaube, das wird ganz lustig. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das so findet, die Story. Gerne auch Kommentare, was wir machen sollen im nächsten Teil. Vielleicht habt ihr auch schon so ein paar Aufgaben für uns, weil wir wollten euch irgendwie mit einbeziehen, auch in dieses Let's Play. Und wenn ihr da gute Vorschläge habt, dann immer her damit. Alles unten in die Kommentare. Genau. Das ist eure Aufgabe. Bis zum nächsten Teil. Bis dann. Tschüss. Ciao.